Natürlicher Panik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und Damen, herzlich willkommen zurück, Fragezeit, zu Like A Dragon Infinite Realm. Also, nach Like A Dragon Geil geht's eigentlich weiter. Ich weiß, hier gab es davor keine anderen Like A Dragon oder Yakuza-Dite zu sehen, weil ich die alle sehr viel privat anfangs gespielt habe, bevor ich angefangen habe zu streamen. Und ich bin generell jetzt wieder da. Hallo. Es ist jetzt so richtig, also seit Weihnachten ist es jetzt ziemlich her, da ich mich gestreamt habe. Und ich bin froh, wieder reinzusteigen, weil Like A Dragon beginnt eine große JRPG, so ein großer JRPG-Monat ab dem 25. Und ich hab Bock. So. Und natürlich. Hallo. Ich bin's. Was geht? Ich hab so richtig Bock. Ja, wir haben schon spät, wir hätten vielleicht vorher anfangen können, aber ich hab Spätschicht. Ich kann nix machen. Aber es soll ihnen so damit sein. Äh. Drück an die Billige Taste. Neu Spiel Plus wurde hinzugefügt. Hm? Das kann ich eh noch nicht machen, ne? Ja. Oh, das ist ich schon sehr. Alter, ich freue mich. Ah, das ist ein bisschen laut, ne? Also, ein bisschen runterstellen können. Also, für mich ist es ein bisschen laut. Ich frage es mal auf 70. Das hört sich gar okay an. Hm. Ich überlege. Ich weiß, wir hatten es auf Deutsch in Lager im Geheimen, ne? Aber Hauptteil der Yakuza-Hai habe ich eigentlich gern auf Englisch gespielt, weil ich das nicht gewohnt bin. Hm. Ich bin grad noch überlegen. Das ist okay. Anzeige anstellen. Wie kann ich das denn anstellen? Wie einstellen ist das? Ja, hab ich. Ah, gut. Da hatte er könnte ein bisschen stream gucken, aber ich lasse aus. Ich hab das uns mega kacke gemacht. Ich muss grad kurz überlegen. Ja. Ich kann es langsamer machen. Nö. 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 Ja. Hier will ich höher stellen. Ich glaube, das kann ich so alles geben. Oh, das war interessant. Könnt ihr das machen? Aber erstmal nicht. Mal gucken, wo ich wieder besser habe. Ja. Äh. Wie stätige ich die denn? Mal an. Ja. Okay. Okay. Ich glaube, das ist besser. Und dann sieht das anders. Ich glaube, das ist so gleich. Eigentlich standard eh am besten, finde ich. Ja, ich hab das schon mit ja noch. So. Neues Spiel. Ich will eigentlich auf den höchsten Schwierigkeitsberater. Also. Okay. Ich konnte kein Schwierigkeitsberater auswählen. Naja. Ja. Das geht jetzt nicht. Mal spielen einfach. Hä? Ich glaube, hart spielen, wenn es geht. Ich glaube, das war sehr schnell. Das stimmt. Aber ich würde sagen, das Gespräch war wert. Mit all den Schädigkeitsberatern in den Momenten, gibt es keine Schädigkeitsberatern. Und heute ist ein großer Schritt nach vorne, in das zu lösen. Ich glaube, du bist richtig. Aber, mein Lieber, ich wollte darüber sprechen über Bryce. Was ist passiert? So... ... Someone's out there. How I finished. Time for your reward. Und tschüss. Was geht denn jetzt direkt ab, Alter? Das war aber jetzt in Hawaii, glaube ich, oder? So viel weiß ich, Alter. Wir haben ja ganz kurz in die Demo reingeloggt. Und geluscht jetzt bei Geider. Wirklich ganz kurz. Was ist das denn? Warte mal, ist das ein Blatt? Ist das ein Name also? What the fuck, Alter? Diese Chemie. Das ist doch, das ist eine Anweis, oder? Das ist ja ganz schön groß. Was soll ich nachstellen? Ich kenn mich nicht mit Tieren so gut aus. Was ist das denn? Ich bin in Japan, in Japan. Ja, ich bin in Japan. Ich bin in Japan. Ich bin in den Moment. What the fuck? Hello, Rock. Oh, ist weg. Das ist so fake. Das ist so faszinierend. Du bist so. Aber das ist so. Wtf? Und? Welche Arbeit? Kasuga-san. Vor dem... Sasaki-san. Er hat sich verletzt. Er hat sich verletzt. Das war ja schon. Das war der Vorbereitung, die neue Komunikation Kohl-san-Kohl-san der Aufmerksamkeit der Spatoren. Die Unternehmen sind alle Kohl-san-Kohl-san-Kohl-san-Kohl-san. Und ich habe das Gefühl, dass die Komunikation Kohl-san, das Kohl-san-Kohl-san-Kohl-san. Oh, er wurde ganz schön nahe, ey. Was ist das? Das muss man in die Geschichte schreiben. Also, wer ist das? Ein wenigstens, die Mitglieder der Beobachtung müssen. Das stimmt, Kasuga. Ich habe das Gefühl, dass ich einen alten Verlust von einem alten Verlust zu erzählen habe. Was ist das? Du bist als ich als ich als alten Yakuza-Mann habe, einen guten Job zu erzählen. Das ist eine Art von der Hama-Kunst. Was ist das? Ich bin nicht der Einwohner. Was ist das? Ich werde dich für die Fahrt durch die Stadtverlangen. Du hast mich auf die Firma eingeschrieben. Das ist das Problem. Sasaki, mein Geschäft ist die Frau und die ils. Sie können sich mit allen übertragen. Aber ich werde dich interessieren, dass Sasaki nicht. Sie sind für die Firma. Das ist einfach nur ein Yakuza. Es gibt keine Arbeit für die Leute. Bitte, bitte. Gott! Das ist schrecklich. Das ist noch nicht so. Was ist das? Was ist das? Das ist nicht so schlecht. Das ist so schlecht. Ich finde es weitaus witziger als ich dachte, aber warum arme haltet der Tor? Ich klatsch jetzt nicht so laut, aber... War gut gelöst. Einmal stand es auf der anderen Seite, ich weiß. Kann man das sagen, gut damit? Aber seit dem Feuerfall, Alter. Keine Ahnung wie er dazu gekommen ist. Wie lang ist das jetzt her? Ich weiß nicht mehr, dass ich mich nicht verletzt habe. Ja, ja, ja. Ich habe mich immer wieder mit solchen Freunden. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist ein Rund, das ist ein Rund. Ich sage mal, bitte auf diese Beispiele zu helfen. Das ist aber, dass die Verwur und die Verwur von den Schweren der Polizei der Polizei mal schrecklich sind. Das ist wirklich ein Schweres. Das ist ein Rund, aber das ist ein bisschen vor dem Thema. Ich bin nur ein Kind der Gewalt in der anderen Arbeit. Kasuka, ich denke, dass ich mich nicht mehr so gut. Ich denke, es ist gut, was ich? Ich werde nur sagen, dass ich nur sagen werde. Dann bin ich heute wieder zurück. Danke schön. Oh, ich geh kaputt, das ist nicht an ihm. Oh mein Gott, ähm, sind meine ganzen DLCs jetzt aktiviert? Ich hab glaube ich einiges, ne? Ich hab die ultimative Edition geholt. Ich glaub das ist das ganze Zeug, oder? Ja. Spaß, was ich alles bekommen hab. Ach, du Scheiß, hab ich dir gezeigt schon. Okay, nur kurz gucken. Den Grundwert, das ist geil. Die will ich sehr spät nutzen. Hä, was ist der Unterschied über dem hier? Einfach das Doppelte. Ob das ist aus dem Yakuza CD? Oh, geil. Aufrüstung? Hab ich irgendwas schon? Bloße Fäuste? Ich weiß nicht, was ich alles an diesen Sets bekommen hab. Äh, Jobs. Da kommt noch was, okay. Der wird auch auf weniger Angriff haben. Alter, das Angriff ist ja richtig gut als Settleworker. Geil. Aber das ist einfach nur wegen Fäuste, ne? Was ist denn mit einer Reihe von Profiwestlingons, die für Flasenkämpfe angepasst wurden? Oi. Und sie haben mit einem Fototinten nichts. Oh. Nachdachsau die große Brandung. sowas nervt mich weil das ja so machen kann sowas mache ich aber umgehören ich möchte alles mal testen ich will nur kurz gucken was alles für diesen scheiß premium adventure ist und was nicht ich will halt ich spiele meiste zeit das ist halt krass sowas keine ahnung dass ich neues spiel plus kaufen musste in diesem ultimativen pack und ich finde das nicht richtig ich finde so was ich will ich dir dass das in deiner paper versteckt ist auf welcher schwierigkeit stück gerade spiele ich denn jetzt steht hier nicht als ob es keine spiel echt jetzt das ist nicht es bin ich halt echt sehr wahrscheinlich haben gibt es keine türen als ob ich will auf hart spiel noch was ich will das schon schwer haben ich weiß jetzt halt nicht wie schwer dass das jetzt genau ist und darf ich nicht alle ist kartenfunktion kann ich mir das ging doch so gut in judgment mit das ist nicht geil und ich hätte gern wieder ein skateboard oh ich kann das auf und zu machen ich finde es cool dieses bild zu sehen wir gehen ganz entspannt wir haben sehr viel zeit ich nehme mir sehr viel zeit glaube ich diesmal für das game als ich damals mit den jakuza und judgment teilen alles am aufholen war ich wollte aber schneller habe ich weiter vorankommen ich muss sagen ich vermisse es und bei lecker durch den guide nun war ich glaube ich bin jetzt noch unterwegs nehmen wir uns noch mal zeit ich hab bock also erstmal mal gucken wie ich mich fühle wenn bald einfach game blue fantasy und so auch noch rauskommen und parlor macht sehr viel spaß zurzeit muss ich zugeben aber das stimm ich zurzeit nicht weil mein server ist ein richtiger laggy sonst hätte ich vielleicht gestimmt ich weiß nicht wie viel ich jetzt davon brauche aber das wird nicht weglaufen das ist schön ja ich finde lecker dragon als erste mit lichibon war hatte so einen komischen graufe ich bin froh dass er weg ist es sieht so schön aus mittlerweile ok diese ganzen die ganzen sachen die wir ihn gehalten hat mit hirio ich bin so viel zeit schon so liegen auch hier jetzt wieder rum ich bin mal gespannt ob wir kamerutsche besuchen werden oder dass dieses kaputt gestechen haben ich bin mal gespannt ob wir kamerutsche besuchen werden oder dass dieses kaputt gestechen haben da habe ich dann nicht ob ich hier irgendwas war war das sind das ein judgment glaube ich hier irgendwas im not sure about that irgendwie sieht irgendwas situiert aus unser ganz schön um nochmal zur grafik und schon da das hat er hat es nicht genommen ich wollte gerade sagen das wird sie nicht so schau mal aus wie ich es gedacht habe jetzt ist alles ja sehr viel besser ich habe gerade das ist die rolle an deswegen sieht das nicht aber jetzt sieht das auch nicht alles so wird aus aber es sieht so viel besser jetzt ach du scheiße sieht das jetzt viel besser aus oh mein gott jetzt jetzt fühle ich das jetzt fühle ich es aber so richtig I'm really feeling it Schilk hat echt mich beeinflusst mit diesem Satz da bevor wir zum Song gehen natürlich meine Ausweichquote hier hatten wir den kampf mit kill hier im gehalten wo wir Schichidon so getroffen haben das erste mal war das Ding glaub schon ist eigentlich noch der Kapper da ich glaub das war ein Kapper Kappappappappappappappapp ich muss immer an Apu denken wenn ich Kappappappappappappe oh das sind die Schüler aus der Schule von Judgment das ist die IN ugh dud uns we uns okay das schweiche ort ist immer noch dort hinten wenn wir dort immer noch finde ich geil das ist doch schön jetzt obwohl wir haben doch dort hinten irgendwo gepennt weiß nicht wir mal gucken wir werden sehen wer wohnt ja hast du recht 25 cent sag ich nur na gut das geht hier nicht aber ja sasaki sanioなんだバレてたのか えっさすがだな いやさっきは悪かったよ俺も空気読めてなかった 金だろう いや噂には聞いてたんだ 駆け込みだろってもただじゃねえってことは ほら 5万でいいんだろ 今日は船でちょいともうけてよ しかし一件でごまんた あんたもいいしのみじゃねえか くらやましいぜ stop ich sehe jetzt schon das bild sieht weird aus oh du scheiße jetzt ist aufgefallen es hat sich doch was geändert ich so ne da ist nix anders dann guck ich nach ach du scheiße es tut mir so leid ja er hat den 50.000 angeboten ach du scheiße warte mal kurz ich will nur kurz gucken ja guck mal die Vorschau ist auch ich schick's das ganz kurz sonst vergesse ich das beim nächsten mal sorry 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 oh my god oh my god nein これじゃ足りないってのか いくら出した仕事回してくれんだ oh 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 begrenzt okay aber ich bevor dieser blau filter ist weg oh mein gott dieser blau filter ist weg nicht wie in der vorschau das habe ich mir abgefuckt ich habe aber diese ganze komische ich darf der doppelt angreifen so gesehen ein pläst metal punkte jetzt gibt es auf die presse ich hätte mehr drücken sondern okay das gut das nervt mich immer das wollte ich wissen das defense sound da wurde aber irgendeine sound weiter wechselt der blieb ist gut da geht es an gar nicht von der sieht es an der die sonne an Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Oh, ich bin froh. Was ist das? das ist das war ja 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 Ich bin, dass du nicht so vieles empfohlen hast. Na, du bist wirklich ein Wetter? Ich habe viele Leute von dir erzählt, dass du nicht so vieles empfohlen hast. Ich habe mich empfohlen, dass du nicht so vieles empfohlen kannst. Ich bin sicher, dass du nicht so vieles empfohlen hast. Ich habe einen Mann mit einem neuen Job vorgestellt. Und dann habe ich 5,000 Euro gesagt. Ich habe einen von 5,000 Euro bekommen. Also habe ich... Aber das ist nicht nur eine Art und Weise. Ich habe einen Smartphone mit dem Sprecher mit dem Smartphone. Das ist die Geld. Smartphone? Ich habe einen Job vorgestellt von den Schwerken. Das ist ein Kind. Ich frage das Bord im Internet an. Das ist ein Thema, aber es gibt einen Smartphone, aber es gibt einen Smartphone. Aber es gibt einen Smartphone, aber es gibt einen Smartphone. Das heißt, dass du einen Smartphone anstatt? Ja. Das ist, wenn du einen Smartphone anstattest. Jetzt sind wir alle bereitstehen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich einen Blick zu den Herrschmerz. Wenn du bist, dass ich mich an etwas zu tun kann... Nur wenn ich sowohl mit dem zu Schmerzen. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dann... Wenn du das Gefühl hast, wenn du das Gefühl hast, wenn du das Gefühl hast, dann wirst du das Gefühl hast. Wie ist das? Du hast schon gesagt, dass du mein Geld hast. Ich dachte, dass du das Gefühl hast, dass du das Gefühl hast. Nun ist es richtig. Ich habe sie gesehen. Ich habe mich nicht verletz. Ich habe mich länger auf die Welt zu retten. Ich habe ich mich berühmte, indem du das Gefühl hast. Sehr gut. Ich halte mich! Ich muss sie wiederholen! Hast du die Kraft! Okay, ich habe es. Ich bin hier bei uns. Aber bitte, bitte. Ich bin ein bisschen, Sasaki. Du bist so. Ich bin nur ein paar Hörger. Natürlich, ich werde mit dir das. Danke schön! Das ist mein Baden. Das ist mein Baden. Bitte. Was kommt jetzt? Oh, es ist opening. Oh boy! Ich kann es sagen. Ja, ich bin nicht sad, aber es ist okay. Ich bin nicht so. 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 Ich bin infoi und schaura ein kleiner conditioner. Ich fange jetzt. Oder wie du dann ist? Ich bin nur die hier zur Zeit. Ich bin nur cosinege Workfall. 3 jahre sind es ja ja macht sinn wie das game in 2023 glaube ich schon ich habe schon wieder den timer vergessen welche jahre gespielt haben erinnern wir uns ein bisschen wo der vater wirst du nix das ist interessant und schluss Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das ist eine interessante Ansicherheit. Und ich hätte es, Ichiban hat gewünscht, dass er ihm einen Einfang gibt. Okay, es ist einfach nur eine Kurzfassung. Ich war auf dem Stehen der Bananen. Kann ich in die... Yes. Kann ich da nochmal hin? Ach, come on. Ich will nur ein bisschen ranzoomen. Ich finde dieses Blödsinn mit den Andern. Das ist cute. Habe ich eine Kamera? War ich jetzt im Kühlschrank? Nein. Damit kann ich mich heilen. Genau, was hat... Warum hast du hier BHs, boy? Rude, ich glaube, du bist in so einem Abstellraum. Also findest du, glaube ich, nicht hier in deiner eigenen Wohnung gefühlt. Du hast hier ein paar einige Sachen, aber nicht alles ist hier. Oh, warte, die haben die Füße. Oh, das ist cool. Oh, das ist schön. Ein kleiner Sessel, das, das. Leider keine Präsi. Oh, also was. Na gut, genug gesehen. Let's go. Die Aussicht? Na gut. Kann man sich nur streiten. Oh, das können wir auch hier so sehen. Warte mal. Eine Badewanne liegt draußen. Es ist schon Zeit. In deinem Versteck. Okay. Bin ich irgendwann voll oder warum? Sollte ich das tun? Warum sollte ich das tun? Na gut, ich kann mir den Vorrat aufbauen, ne? Ne, das sieht aber ein bisschen ähnlich aus wie Kio, der auf dem Dach war, ne? Ich dachte kurz, das ist das Dach, aber ich glaube nicht. Ist das das Soap-Ding? Wo sind wir hier? Ich kann gerade die Kasselgasse wohnen. Doch, das ist die Ecke, oder? Ne, hier haben wir da zweite Bades gehabt, ne? Ja, genau. Ja, genau. Oder? Was? Ja, hier. Hier haben wir auch... Ja, das, das, das hier. Das hier hatten wir auch als Basis, glaube ich. In eins. Es ist ein sehr großer Achtmann, ich bleib da aber einfach. Zigarettensturm ist nicht wirklich zu gebrauchen, okay. Der Bunkse-Teller kenne ich. Ich muss gerade... Alter, das hier... Okay, wir haben nur die Hälfte. Halleluja. Oh, na gut, eigentlich kennt man ja die Map, ne? So, ich... Wir müssen Taxis freischalten, das sollten wir machen. Hm, wie bist du mir deine Freundin? Welche Freundin? Wo willst du hier rein, dann? Mal gucken, was es hier so gibt. Aua. Hallo. Verbreit, schlau? Okay, interessant. Oh, ich hoffe, dass... Wahrscheinlich, wenn es so... ...wird es auch diese... ...L-Kabel-Dinger geben, ne? Ich finde die ja ein bisschen höher in dem Game, aber irgendwie auch passen, ich weiß es nicht. Ich will die ganz schön daz. Aber sind sie wahrscheinlich nicht mehr. Obwohl... Es ist auch immer der Selbstzahn, ne? Riesenwurz. Aaaaaah! Das ist... Das ist ja geil. Riesenwurz. Oh, ich fasse nicht, wie das hier auf ist. Warum? Warum? Die ist denn los? Ja, eigentlich will ich die mitnehmen, ne? Aber... Ja, tschüss. Ich kaufe jedoch gar nix, ja? Ja, klar, ich liebe mir ein bisschen, natürlich, ja, ja. Ach doch, das ist sie hier gewesen. War das das Dach doch dann? Warte, der war ja richtig nah, war krass sogar dann. Also... Okay, interessant. Als ob die, als ob die die Wohnung schon angedießt haben. Neck the fuck, warte, das hab ich nicht ganz gelesen jetzt. Ah, okay. Ob hier nix ist, wollt ich kurz sagen. War nicht in der Quest hier, wo einer drin feststeckte, das ist was, fand ich. Hallo, ich sehe Waffen verbessern. Ich glaube, die sind nicht mehr da. Wer da ist, wird da nicht gelten. In drei Jahren verändern sich wir hier in diesen Games. Oh, ich will zu der Diktatur. Gucken, ob die Diktatur ist. Au, was ist, hm? Wo denn? Was ist das hier? Ich geh erstmal hier lang. Nö, ich geh erstmal hier lang. Bevor ich hier irgendwas mach. Okay, Kräuterwärm, okay, soweit ich sie gefunden hab, kann ich sie einfach auch sammeln. Okay, das ist geil. Ja, hier ist der Pawnjob, da warte ich hin. Wenn wir schon hier sind, können wir ja schon mal die ersten Teller verkaufen, da Geld geht immer. Ist das zum Verkaufen? Ich glaube schon. Geld ist Geld. Was kann ich denn kaufen? Wasteball. Ja, aber sowas interessiert mich eigentlich gar nicht. Kann ich nur sowas kaufen, Alter? Okay. Wer hat dann nix? Mit dir? Ja. Gibt's keine Schlösser mehr, wie früher? Scheinbar nicht. Ne, sag mal erstmal, also es gibt die Schlösser dann wieder dort. Hey, Ikscha. Hallo, hallo. Ist wohl nicht mehr? Also ist wohl nicht mehr hier. Okay, ich will Gott sagen, Alter. Ich lese mich einfach nicht so schnell. Ich glaube, ich habe mir das an mich angewunden, sobald ich einfach so viele lange Games schütze, werde ich irgendwann einfach auch in so einem krassen Lesen, aber irgendwie manchmal auch echt nachtalig ist. Ach, stopp. Komm her, Alter, ich will da jetzt auch... Alter. Na gut, sagen. Zumindest fangen wir uns nicht an Geld. Wollen wir da nicht mehr hoch? Ich konnte doch da irgendwie hoch. Leuchtet was, oder? Dass ich das gesehen habe. Wir alle ihn lieben. Er ist auch ein super Typ. Okay. Hier hat sich halt einfach gar nichts verändert, ne? Aber, fuck, Alter, what the fuck? Also, ich find's so weird, dass das hier einfach immer dasselbe Model ist, ne? Also, es erinnert sich so viel in dieser Stadt, aber das hier bleibt immer gleich. Ich glaube, in einem Moment wohnt ich nicht mehr. Das sei mal ein Typ derselbe, einfach noch. Ist doch nicht cool. Oh, ihr wart doch beide in der Quest, ne? Oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber, ich kann auch schon drüber. Okay, so. Ich will jetzt nicht direkt an Sekunden gehen, jetzt direkt zur Helle-Worker. Warum ist das hier nicht hin? Oh, nur kurz kurz, wird's abstricken. Das ist heftig. Du hast echt, wenn du anfängst, die Giganten das ganze Zeit zu kaufen, ne? Aber noch haben wir nicht genug Geld, das wir anfangen einzukaufen. Wir haben, wir sparen noch. Okay, das ist nicht cool, eine coole Lösung mit dem Bankautomaten. So, ich wollte, wo war das denn? War das hier die Ecke? Das war nicht hier, das war hier irgendwo. So, hier der Ecke, ne? Wo war die, der Teacher, ne? Ich will einfach mal gucken, ob es Referenzen gibt. Die Schüler können wir auch. Ja, wir haben sie hier. Das wird echt keinen Sinn. Ja, hier ist es, hm? Das ist dort die Ecke. Nee, es ist die andere Straße. Oder? Nein, das war hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier war. Nee, 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 nee. Es muss eine Straße weiter sein. Oh, wo komm ich nicht hoch? Guck auf. Und irgendwie sowas saliere ich mich halt immer wieder, ne? War das da oben? es war irgendwo auch ein taxizone ich war jetzt gar nicht mehr um die chance das ist neu das gebäude ist hier neu ich erinnere mich nicht an das ist doch hier unten glaube ich ich werde es ja wieder erkennen das hier ist doch hier doch das ist die ecke ja es ist ja ein theater gegeben haben ja wir haben uns ja hier mal angegriffen ich erinnere mich ja doch das ist die ecke ok ich bin zufrieden jetzt können wir weiter was zum fick ist das der parkplatz alter dann gibt es denn sowas mehrstöckiges parkding und das hat dann drunter oder was ist das denn ich liebe referenz zu judgment und den jakuza games und ich bin der stadt schwand ich hatte echt bock am neustadt mal jetzt mittlerweile wieder der schulpart war ich zu wo war der verletzte oder die hallo ich bin ein wunderschön Ich weiß nicht, dass ich mich höchst, aber... Hm? 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 Oh, das ist der erste. Es ist sehr schön. Ich habe ein wenig Zeit, aber ich habe eine Lippe Minderung. Das ist falsch. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. was soll ich haben wir sagen sagen sie soll nicht so viel trinken zu ich werde doch eh nicht aufhören dann suchen wir es Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah ja, da ist es. Als ich es gelesen habe, ist es mir gerade auch wieder angefangen. Oder Zugang zu neuen Einrichtungen, finde ich geil. Also Intelligenz kriege ich wahrscheinlich wieder mit so einem Minigame, krass hoch. Leidenschaft sollte ich, glaube ich, gut hoch machen. Da lacht die Sonne. Ich glaube, ich habe das alles auf dem Max mal gemacht. Ich weiß nicht, ob das geht, aber... Ich wollte eben speichern noch, ne? I'm doing the best I can. Ich weiß nicht, aber doch. Papierteller, Junge. Die Szenien, Alter. Hey. Hallo? Respektabler hat Scheiß. Kann ich heulen ganz nachvollziehen. Ich weiß nicht. Junge, dass wir jetzt in HelloWork selber arbeiten, statt dort zur Arbeit zu suchen, finde ich so funny. Ich muss immer noch kiechen, Engi. Engi passt das nicht zu den Chip-Mann. Ich sage es einfach so, wie es so ist. Naja, so. Hallo Chef. Ist das Chef? Nein. Excuse me. Hier ist das Chef. Du da bist, dass... Das ist da. Also ich würde jetzt erstmal runterfahren. Und dann den Aufzug mitnehmen. Hallo Kollege, warum sagen die alle excuse me wenn wir, ja warte. Hey, das hat Kassel gehört. Er ist echt verbuggt. Ich habe auch hier Panik gestellt, aber... Was jetzt nicht so etwas schlimm war. Ja gut, wir betreten. Das ist Kassel. Ich heiße Sasaki Shinya. Ich danke Ihnen. Das ist cool. Das ist Kassel. Sasaki-san. Das ist ZEN-Ka. Das ist Kassel. Oh, hoh. Aber warum wurde das vorhin schon gesagt? Oh, das ist doch so. Das ist doch so. Wenn ich mich nicht mehr so verabschiedet habe, dann kann ich mich nicht verabschieden, wenn ich mich nicht verabschiede, dass ich mich nicht verabschiede. Ich glaube, das ist nicht so. Ich denke, das ist doch nicht so. Ich denke, das ist ein guter Erachter. Das ist egal, dass ich die Arbeit von Sasaki bedenkeli hat. Das ist wirklich? Was ist das? Als ich jetzt sage das... Ich sage das mal. Das ist ein Mann-Bik. Das ist das?